12. 25. Juli 2020 2020 präsentieren wir das 8 Kunstdünger e.V. Bildhauer Sterninnen-Symposium in besonderem Format. Das Künstler-Sterninnen-Duo Teresa Glatt und Emil Silvester Alhelm arbeitet nicht öffentlich und zeigt seinen Arbeitsprozess täglich in einem Online-Format auf www.skulptur-lichtung.de Die Skulpturlichtung ist weiterhin offen, geltende Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017